moin moin meine lieben freunde und willkommen zurück zu einer weiteren folge inside für die switch ja befindet hier und sind der komischen tante da im becken ende kommen ok ganz gut aus mehr schwung und dann kommt darauf okay es ist nicht alles so stabil wie es aussieht worum es hier immer noch geht wissen wir noch nicht aber wenn es rausfinden darauf bin ich nicht dafür auch nicht sicher okay kann aufdrücken und nein jetzt kommt schon wieder diese blöde oder ist die spiele dieses viech müssen wir irgendwie killen oder loswerden das ist ja schon sehr sehr gefährlich hier aufmachen gut hier können wir nicht weiter ich glaube wenn ich jetzt reingehe werde ich wahrscheinlich sterben das wird ja wohl nix okay müssen wir schneller sein also schneller oder irgendwas anderes ich weiß nicht vielleicht knuscht sie mich auch nur mir gar nicht sicher ob sie mich essen will ich bin mir gar nicht so sicher ich glaube schon dass mich ist gerade okay also wie können wir das regeln machen hier auf runter gleich wieder hier raus wenn wir sie wahrscheinlich hier hinten hinlocken dann kommt sie ganz schnell geschwommen und wenn sie da ist kann man vielleicht da nochmal zurückschwimmen jetzt wissen es mal so ist sie ja da hinten das müssten wir doch hier relativ zügig und schwimmen können wird dann das wird wohl nix Mist was machen wir denn da jetzt was machen wir denn da jetzt eine idee fand ich ziemlich gut doch ich weiß was wir machen pass auf ich weiß was wir machen runter wieder raus so und jetzt locken wir sie da drüben hin und dann gehen wir noch mal runter bevor wir durchschwimmen drücken wir den knopf und schwimmen dann durch dann geht die tür hinter uns zu und wir haben alle zeit der welt glaube ich so sie ist jetzt da weiß ich nicht was klappt aber wir probieren es mal drücken den knopf und schwimmen gleich wieder durch klappt das ja und so geht es auch und so klappt das mit den gehirnzellen hier geht es aber nicht weiter hoch oder schatten hätte ich jetzt gar nicht wusste ich machen soll mich ärgerlich was macht ihr denn irgendwie wehren so lange ist der Kampf doch noch mal nicht macht die da kann nix machen aber ich bin anscheinend auch nicht tot sollte wohl so kommen ich bin anscheinend doch nicht böse ach ja ich wollte mich vorher den ganzen killen also hat sie da jetzt eigentlich angeschlossen ist sie weg ist sie weg das ist doch ein bisschen müßlich ne alles was ist das da hinten ist noch ein typ da stimmt auch jemand da ich bin anscheinend wieder nach oben rein schwimmen ist die frage wieso ich schwimmen kann hier im wasser also wieso ich jetzt atmen kann abgespaced alle fische folgen mir wie die zombie menschen wie viel lege ich da hinten ist doch schon wieder so eine frau der da im schatten hinten schwimmt oder was ist das anderes kind wir sind in atlantis hm wie sagt das gerade alles gar nix hier können wir mal hochschwimmen im licht ja auf jeden fall können wir jetzt also jetzt auf jeden fall können wir jetzt unter wasser atmen anscheinend so lange waren wir noch nie unter wasser schnell 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 gerade noch so geschafft okay oh da sind so einige schon durch okay oben habe ich so kleine haken gesehen ich glaube daran kann man sich festhalten ich habe auch gesehen so komm du schaffst das so guck mal da oben sind so haken halten wir uns immer dran fest ich habe ein bisschen glück gehabt ne ich kann ich auch da oben raus kann ich sogar jetzt die frage warum ich ja dann kann warum sie mir geholfen hat man hat mich dann vor den zeit gefressen und sind jetzt mal testen ob ich überhaupt so weit kommen heute das ganze weiß man ja auch nicht ne sind ja alles so sachen die müssen ja auch irgendwie in erfahrung gebracht werden ok geht der nicht komm ne hat er ein bisschen was von little nightmares und eben natürlich auch limbo klar weil das mit dem gleichen machen ist so jetzt wissen wir ja schon dass das passiert wenn das licht auf einen kommt nochmal also kann ich gar nicht drehen wir mal rein ah ok wie soll das denn ok wir müssen gleich mal gucken was wir da drehen können verstehe ich gerade nicht so kommt er so schnell zurück das ding warte mal wir warten mal bis er in die andere richtung geht das ist vielleicht praktischer so schaffen wir es auf jeden fall nicht wollen wir jetzt hinterher laufen können wir ihn vielleicht über uns rüber kurbeln oh nein ich hätte weiter kurbeln sollen aber man hätte ihn so über sich rüber kurbeln können und dann müsste man glaube ich relativ gut durchkommen denke ich mal ich weiß es nicht er hat es auch nicht leichter den jungen ach so ach so der schein ist zu ok verstehe ich verstehe ich ich bin mir nicht ganz sicher ob es so richtig ist wie ich mir es gerade vorstelle in meinen gehirnwindungen bleib stehen gut dann kann ich ja schnell zurück rein und müssen hier stehen bleiben ja gut warte mal kurz zurück zurück einander weg und nur weg einander weg einander weg einander weg und hier stehen bleiben hier stehen bleiben da muss aber nochmal zurück Was? Nein, oh, Mann. Shit. Jetzt aber, jetzt wissen wir, wie es geht. Wir gehen auch hin. Ah, shit. Wir können mehr Lass machen können, aber... Wollen wir zurücklaufen? Ich glaube, ein kleines Stückchen muss das Ding noch. So, jetzt müsste das auch passen. Wenn er wieder kommt und dann können wir, glaube ich, von links nach rechts springen. Nein. Andere Richtung. Okay. So. So. Wollen wir gehen. Rauf. Und jump in das Loch rein. Ah, natürlich super Jump. Hier unten noch irgendwas ist. Wieder auftauchen. Ne. Ne. Da sollten wir nur drin landen. Verzieht euch. Bitte. Das ist ein bisschen weher hier, ne? Hier. Kann man das Licht reintreten? Kann man das Licht reintreten? Nicht wie gut. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Gut. Wir sind beim Loch. Ausfinden, wofür die ganzen Sachen nicht hier gut sind. Also das Loch ist jetzt zu. Gingen überall Leute dran, ne? Ah, Mann. Gesundheit. Verdammte Axt. Okay, was machen wir jetzt hier? Das frage ich mich gerade. Wir haben das Loch, wir haben das dazu gemacht, ne? Aber vielleicht sollten wir ja auch da reinspringen. Ich weiß es nicht. Genau drin landet vielleicht. Oder? Ah, ich weiß das nicht. Wir müssen mal zurück. Wir müssen mal runter ins Loch. Glaub ich. Irgendwas haben wir übersehen. Was genau, weiß ich nicht. Aber irgendwas haben wir definitiv übersehen. Mhm. Noch auf sein, ne? Genau. So. Wieder raus. Wo soll ich sie fürständlich hierher kommen? Ich hätte gedacht, die schwimmen hinter mir her. Auf. Nicht entdeckt haben. Leider. Auf jeden Fall längs. Ah. Und jetzt? Auf jeden Fall. Kann man den wegstoßen da? Ich wollte eigentlich den da runterhauen oder ich weiß nicht wie das geht. So was hab ich mir doch gedacht. Die Stange sah mir schon so kaputt aus. Kann ich den mitnehmen vielleicht? Okay. Sollen wir den mitnehmen? Aha, 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 okay. Versteh schon, bitte. Hier auf die Schräge packen? Oh. Müssen wir dann mit dem Ding da hochkommen oder? Okay, vielleicht geht er höher wenn ich nicht mehr draufstehe. Mal. 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 Okay, jetzt check ich's. Jetzt check ich's. Okay, den müssen wir. Machen wir die Luke gleich zu. Wer drüber ist, ne? Perfekt. Perfekt. Ja, ein paar kleine Schalterrätsel sind hier schon. Aber ganz so schwierig ist es ja auch nicht. Hoch. Ups. Da hoch solltest du. Entschuldigung. Hier raus und da hoch. Okay, also. So. So. Und den hier mit drauf stellen? Mal. Das ist halt um, ne? erst den unteren ziehen und dann nach scheiße wieder vergessen wir machen wir noch mal ganz kurz jetzt kann ich hier schwimmen wie abgespaced ist das denn oder eine tür er kann das wofür das ist immer hier weiter da gibt es gleich noch mal zumindest da rein schwimmen würde ich behaupten wird das alles ist so wo wir jetzt hier gelandet ich glaube das erforschen wir beim nächsten mal vielen dank fürs zuschauen und bis dahin tschüss und